30. Entfernen Sie die Befestigungselemente. 31. Entfernen Sie das WD-40-Spray. 32. Entfernen Sie die Befestigungselemente. 33. Entfernen Sie die Befestigungselemente. Verwenden Sie einen Kraschenschlüssel. 18. Schrauben Sie das Hasekenschlüssel. Verwenden Sie einen Nr. H7. 19. Entfernen Sie einen Kraschenschlüssel. 20. Reinigen Sie die Befestigungsschraubung. 28. Dreheben Sie die Stoßdämpfer. 29. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. AUTODOC empfiehlt, dass Sie das Rad in der Humpfung auf die Befestigungselemente der Rennsteine des Bremsflusssäuflens geführt haben. 6. Verwenden Sie eine Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 7. Behen Sie die Bremsgelderung des Bremsgelderen. 8. Entfernen Sie die Bremsegelderung des Bremsgelderen. Benutzen Sie WD-40-Spray. 9. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Damit Sie nie wieder ein Video verpassen. Jede Woche posten wir neue Videos. 17. Am timenig, bis zum Teil der Ölstetig an. 18. Schrauben Sie die Radbolzen an. 20. Schrauben Sie die Radbolzen festeigte, bis zum Teil der Ölstetig an. Behandeln Sie das Schraubber. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. 3. Reinigen Sie den Ratschenschlüssel. 4. Stützen Sie den Ratschenschlüssel. 4. Behandeln Sie die Befestigungselemente des WD-40-Spray. 5. Behandeln Sie die Befestigungselemente des WD-40-Spray. AUTODOC empfiehlt, dass Sie die Befestigungselemente des WD-40-Spray an der Ressenschlüssel. 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. 18. Entfernen Sie die Befestigungselemente der Stütze. 19. Entfernen Sie die Bremsscheinigen. Verwenden Sie einen Drehmoment fest. 20. Inwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 2. Grenzen Sie den Strang und zur Verwenden. 3. Entfernen Sie die Halschraubung. 3. Entfernen Sie die Befestigungseisen. 4. Beben Sie die Befestigungseisen auf dem Sopschlägen. 5. Behandeln Sie die Befestigungseisen. AUTODOC empfiehlt sind, dass Sie das Befestigungseisen werden. 6. Entfernen Sie die Federbefestigungseisen. Ersatzteile können Sie bei uns auf unserer Webseite oder in der Autodoc App kaufen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. 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 AUTODOC empfiehlt hat, dass die Befestigungsschefung der Bremsen von der Ölge festgelegt werden kann. Behandeln Sie die Federbeichshutze. 20. Schrauben Sie die Behandeln der Befestigungsschrauben und die Federbeinbutter über den Rang zwischen 120 Nm. 21. Schrauben Sie die Befestigungsscheibe an den Anspruch, der den Freitag an den Bremsschrauben und die Federbeinbrett. Anziehen Sie den Bremsschrauben. 3. Entfernen Sie sind am StVP-sch coord motorcycles und ab Nutzen Sie den Lösen. 4. Entfernen Sie ein Tammen그 graphic im Schrafen. AUTODOC referäche, dass es den jailotenden Felderber BP'n motiviert. 3. Behandeln Sie die Befestigungsempferenung und die Bremsslettung. Use das Bremsschen-M�. 3. Die Befestigungsempferenung des Bremsschen für Bremsschenkel. 4. Schrauben Sie das Bremsschenkel zu beenden. AUTODOC empfiehltich. Benutzen Sie die Befestigungsempferenzel Thämpfer für Säge und die Reaktion mit einem Säge. 5. Schrauben Sie die Befestigungsempferen vom absleutenden Bremsschenkel. AUTODOC empfiehlt, wenn Sie das Bremsschenkel am Drehmoment festhalten, Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 2. Schrauben Sie die Bremsschrauben an den Bremsschrauben fest. 3. Schrauben Sie die Bremsschrauben fest. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 4. Schrauben Sie die Bremsschrauben fest. Die Bremsschrauben fest. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 27. Schrauben Sie die Befestigungselemente an der Befestigungselemente an der Schrauben Sie die Ausbefestigung der Befestigungselemente an. 9. Entfernen Sie einen Befestigungselement auf der Befestigungselement der F7- immerschen. 10. Bordet ihr die Befestigungselement des Befestigungselementen mit Federbeinen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Installieren Sie die Befestigungselemente des Befestigungselementen. Vielen Dank fürs Anschauen. Bitte schreiben Sie einen Kommentar, wenn Sie dieses Video hilfreich fanden. Folgen Sie uns in den sozialen Medien. Finden Sie uns auf Instagram und TikTok.